Und dann geht es los! 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 Aaron Beck auf der 3! Dann kommt Yannick Bormann! Der schiebt sich hier einmal durchs Feld auf Platz 4! Muss aber auch kämpfen! Aber vorne! Robiard Stemming mit einem unverhaltigen Vortsprung! Sichert es sich hier Platz Nummer 1! Vor Sebastian Goos auf 2! Und Aaron Beck auf Platz Nummer 3!